In ST könnt ihr auch abstrakte Klassen programmieren. Eine abstrakte Klasse ist eine Basisklasse in einer Vererbungsbeziehung, die selber aber nicht instanziiert werden kann, weil sie in gewisser Weise unvollständig ist. Eine abstrakte Klasse enthält nämlich mindestens eine Methode oder Eigenschaft, die zwar deklariert ist, das heißt es ist klar, wie diese Methode oder Eigenschaft heißt, welchen Rückgabetyp sie hat und im Fall von Methoden auch welche Übergabeparameter sie bekommt, aber die Implementierung dieser Methode oder Eigenschaft fehlt, das heißt hier gibt es einfach kein Anweisungsteil. So und deswegen werden diese Methoden oder Eigenschaften selber auch abstrakt genannt. Eine abstrakte Klasse ist also so etwas wie ein Grundgerüst, das einerseits schon ein bisschen Programmcode und Logik mitbringt, andererseits aber den Freiraum lässt für die konkrete Ausgestaltung der abstrakten Methoden und Eigenschaften. Die Konkretisierung, also die Implementierung dieser abstrakten Methoden und Eigenschaften, passiert dann in einer Klasse, die durch Vererbung von dieser abstrakten Basisklasse abgeleitet ist. Okay, jetzt habt ihr also das theoretische Wissen, was eine abstrakte Klasse ist, aber wie genau ihr eine abstrakte Klasse entwerft und diese dann durch Vererbung konkretisiert, das zeige ich euch jetzt praktisch an einem sehr einfachen Beispiel. Dazu habe ich hier einen Funktionsbaustein FBMemReset vorbereitet, der folgende Funktionalität hat. Der FB hat einen Eingang Bset, an dem mit einer steigenden Flanke ein Ereignis detektiert wird. Das kann zum Beispiel ein Tastendruck sein oder das Durchbrechen einer Lichtschranke oder das Erreichen einer Endlage. Wenn also so ein Ereignis detektiert wird, dann soll das Ausgangssignal BQ auf True gesetzt werden. Zum Quittieren oder Zurücksetzen des Signals BQ gibt es dann ein zweites Eingangssignal BReset. Jetzt stellt euch aber einmal vor, dass ihr je nach Anwendungsfall unterschiedliche Bedingungen für das Zurücksetzen braucht. Das könnte zum Beispiel sein, dass das Signal BReset eine fallende Flanke aufweist. In einem anderen Fall muss das Signal BReset dreimal auf True gesetzt werden und in einem dritten Anwendungsfall muss BReset vielleicht für eine gewisse Dauer auf True gehalten werden. Damit also dieser FB für diese und andere Anwendungsfälle nutzbar bleibt, kann die Rücksetzbedingung hier nicht festgelegt werden, sondern muss konfigurierbar bleiben. Und das kann ich zum Beispiel dadurch erreichen, indem ich die Prüfung dieser Bedingung in eine Methode MResetCondition auslagere. So, diese Methode muss ich dann natürlich noch anlegen und dabei aber als abstrakt deklarieren. Das heißt, ich definiere hier den Namen der Methode, den Rückgabetyp, den Zugriffsspezifizierer und gegebenenfalls auch Übergabeparameter, die hier aber entfallen und gebe dann noch an, dass diese Methode abstrakt ist. Da diese Methode abstrakt ist, ist es jetzt verboten, irgendwelche Befehle in den Anweisungsteil zu schreiben. Dieser Anweisungsteil muss also bei einer abstrakten Methode leer bleiben. Da es in diesem FB jetzt eine abstrakte Methode gibt, muss der FB selber auch als abstrakt gekennzeichnet werden und das mache ich, indem ich dem Namen des FBs das Schlüsselwort Abstract voranstelle. Das habe ich jetzt hier manuell ergänzt, aber typischerweise wisst ihr ja beim Anlegen eines FBs schon, ob dieser FB abstrakt sein soll oder nicht. Und wenn das der Fall ist, könnt ihr diese Option direkt in dem Dialog zum Hinzufügen eines neuen FBs anwählen und dann wird das Schlüsselwort Abstract automatisch im Deklarationsteil ergänzt. Okay, der FB Mem Reset ist jetzt also das Grundgerüst eines Funktionsbausteins, mit dem einerseits konkret ein Ereignis erfasst wird, andererseits aber ein Freiraum gelassen wird für die Implementierung der Rücksetzbedingung. In diesem einfachen Fall hat der FB nur eine abstrakte Methode. Übrigens müsste der FB auch als abstrakt gekennzeichnet werden, wenn er nur eine abstrakte Eigenschaft hätte, also eine Eigenschaft, deren Get- und oder Set-Zugriff nicht implementiert ist. Und darüber hinaus könnte der FB dann aber noch beliebig viele abstrakte oder auch nicht abstrakte Methoden und Eigenschaften haben. Anfangs habe ich ja schon erwähnt, dass abstrakte FBs nicht instanziiert werden können. Das wird an diesem Beispiel auch sofort klar, denn in dem Anweisungsteil hier wird ja die Methode mResetCondition aufgerufen, die aber überhaupt nicht implementiert ist und deswegen könnte das Programm an dieser Stelle auch nicht korrekt ausgeführt werden. Wenn ihr dennoch mal versuchen solltet, ein Objekt eines abstrakten FBs anzulegen, bekommt ihr dann beim Kompilieren den Fehler, dass der FB eben abstrakt ist und deswegen nicht instanziiert werden kann. Wie ich schon zu Beginn dieses Videos erklärt habe, dient dieser abstrakte FB nur als Basisklasse in einer Vererbungsbeziehung, wobei der erweiterte FB dann nicht mehr abstrakt ist, wenn er die Methode mResetCondition dann konkret implementiert. Und wie das genau funktioniert, zeige ich euch jetzt einmal beispielhaft für drei Anwendungsfälle dieser Rücksetzbedingung. Der erste Anwendungsfall ist, dass das Zurücksetzen bei fallender Flank von bReset erfolgt. Dazu lege ich zunächst einmal einen neuen FB an mit dem Bezeichner FBReset1FE. Das steht hier für OneFallingEdge und beschreibt also die Rücksetzbedingung. Und dieser FB erweitert die abstrakte Basisklasse FBMemReset. Und der FB überschreibt bzw. implementiert die abstrakte Methode mResetCondition, die ich hier auch schon angelegt habe. So, um also die fallende Flanke an bReset detektieren zu können, brauche ich die entsprechende Flankenerkennung. Und zudem rufe ich über den Pointer SUPER den Anweisungsteil der Basisklasse auf, in dem ja die eigentliche Ereignisdetektion und das Rücksetzen stattfinden. Die Rücksetzbedingung ist dann sehr simpel. Das ist nämlich einfach das Ausgangssignal der Flankenerkennung. So, dieser FB ist nicht abstrakt, das heißt, ich kann ihn instanziieren und die Funktionalität also in einer Online-Demo zeigen. Wenn ich also bResetIn auf True setze, dann geht auch das Ausgangssignal des FBs auf True. Und damit ist also ein Ereignis detektiert. Und das Ausgangssignal wird aber noch nicht zurückgesetzt, wenn bResetIn auf True geht, sondern erst, wenn hier die fallende Flanke kommt. Der zweite Anwendungsfall war ja, dass das Signal bReset dreimal auf True gesetzt werden muss und erst beim dritten Mal erfolgt dann das Rücksetzen des Ausgangssignals. Und das realisiere ich wieder in einem neuen FB, den ich hier fBReset3RE genannt habe. Und auch dieser FB implementiert natürlich wieder die Methode mResetCondition. Für das Zählen der Flanken an bReset verwende ich hier einen Counter-Baustein mit einem Limit von 3. Und den Counter rufe ich aber nur auf, wenn das Ereignis auch detektiert wurde, damit auch gewährleistet ist, dass das dreifache Quittieren auch wirklich nach dem Ereigniseintritt passiert. In der Methode mResetCondition checke ich dann einfach, ob der Counter-Ausgang gesetzt ist. Und wenn dies der Fall ist, dann setze ich den Counter zurück und der Rückgabewert der Methode ist dann True. Wenn die Rücksetzbedingung aber noch nicht erfüllt ist, ist der Rückgabewert False. Auch diesen FB demonstriere ich einmal im Online-Modus. In meinem Programm muss ich dafür nur im Deklarationsteil den Typ meines FBs verändern. Und dann seht ihr hier, dass das Ausgangssignal erst dann zurückgesetzt wird, wenn an bResetIn das dritte Mal eine steigende Flanke anliegt. Okay, ihr seht schon, wie die Implementierung von abstrakten FBs läuft, aber das dritte Beispiel will ich euch jetzt nicht vorenthalten. Dabei findet das Zurücksetzen erst dann statt, wenn das Signal bReset 3 Sekunden lang auf True gehalten wurde. Und hier seht ihr auf der linken Seite wieder den FB mit dem Bezeichner FBResetTimeout, der wieder den abstrakten FB erweitert. Und zum Messen der Zeit nutze ich hier eine Einschaltverzögerung, FBTimer, der mit dem Signal bReset gestartet wird. Und die Dauer der Einschaltverzögerung ist die Time-Variable tDur mit der Initialisierung von 3 Sekunden. In der Methode mResetCondition wird dann einfach das Ausgangssignal des Timers zurückgegeben. So, und ein drittes Mal kommt jetzt auch der praktische Test dieses FBs, FBResetTimeout. Im Online-Modus könnt ihr jetzt erkennen, dass der Reset erst dann kommt, wenn das Signal bReset in 3 Sekunden auf True gehalten wurde. Okay, jetzt habt ihr an drei einfachen Beispielen gesehen, wie ihr einen abstrakten FB konkretisiert, nämlich indem ihr durch eine Vererbungsbeziehung einen neuen FB erstellt, der den abstrakten FB erweitert und dabei die abstrakten Methoden oder Eigenschaften implementiert. Und dabei könnt ihr eine ganz wichtige Eigenschaft der Vererbungsbeziehung jetzt ausnutzen, nämlich die Tatsache, dass jeder FB, der die abstrakte Basisklasse implementiert, selber auch den Datentyp der abstrakten Basisklasse hat. Also in meinem Beispiel haben FBReset1FE, FBReset3RE und FBResetTimeout jeweils auch den Datentyp FBMemReset. Was euch das bringt, zeige ich einmal an einem weiteren kleinen Beispiel. Ihr seht jetzt hier eine auf das Wesentliche zusammengeschrumpfte Schrittkette, mit der zum Beispiel irgendein Fertigungsprozess gesteuert wird. Diese Schrittkette hat der Einfachheit halber nur zwei Zustände, nämlich den Normalbetrieb, also Nominal Operation Mode, und den Zustand, in dem eine Ereignisbehandlung erfolgt, also wenn zum Beispiel im Prozess ein Fehler aufgetreten ist. In beiden Zuständen fehlt hier natürlich der Programmcode zur Steuerung des Prozesses beziehungsweise zur Ereignisbehandlung. Aber was hier enthalten ist, ist die Abfrage, ob ein Ereignis aufgetreten ist beziehungsweise ob das Ereignis quittiert wurde. So, und diese Ereignisdetektion und Quittierung erfolgt hier mit dem FBEventDetection, der eine Referenz auf einen FBMemReset ist. Interessant ist hier also, dass die Ereignisdetektion und Behandlung in einem per Referenz übergebenen FB passiert, der aber eigentlich ein abstrakter FB ist. Natürlich könnt ihr jetzt hier keine Instanz von FBMemReset übergeben, nämlich eben, weil der FB abstrakt ist und nicht instanziert werden kann. Aber ihr könnt hier jetzt jeden FB einsetzen, der FBMemReset in einer Vererbungsbeziehung erweitert. Also zum Beispiel jeden der FBs, die ich gerade implementiert habe. Und das seht ihr jetzt hier auf der rechten Seite in dem Main-Programm. FBSequenceControl ist eine Instanz der Ablaufsteuerung, an die ich den FBResetTimeout übergebe. Für das Quittieren eines Ereignisses mit diesem FB muss also das Reset-Signal drei Sekunden auf True gehalten werden. Und das zeige ich euch jetzt wieder im Online-Modus. Die Schrittkette ist zu Beginn also im Nominal Operation Mode. Wenn ich dann das Signal B-EventInput setze, simuliere ich dann das Auftreten eines Ereignisses und damit wechselt die Steuerung in den Zustand EventDetected. Um jetzt die Schrittkette wieder in den normalen Betriebsmodus zurückzuholen, muss also dieses Ereignis quittiert werden. Und das mache ich, indem ich das Signal B-ResetInput drei Sekunden auf True halte. So weit, so gut. Stellt euch jetzt aber vor, dass in der Schrittkette das Quittieren des Ereignisses durch eine fallende Flanke an dem Reset-Signal erfolgen soll, zum Beispiel, weil unterschiedliche Auftraggeber unterschiedliche Quittierungen wünschen. Und dann müsst ihr die Schrittkette überhaupt nicht verändern, sondern im Main-Programm einfach den Typ der Ereignisbehandlung verändern, der per Referenz übergeben wird. Also hier in FB-Reset1FE. Das heißt, hier habe ich also wirklich nur diese eine Zeile Programmcode verändert. Sodass die Steuerung sich jetzt aber wirklich anders verhält, zeige ich euch wieder im Online-Modus. Ich simuliere hier also wieder das Auftreten eines Events, indem ich B-EventInput auf True setze. Und dann ist die Schrittkette im Zustand EventDetected. Um dieses Event zu quittieren, muss ich an B-ResetInput eine fallende Flanke erzeugen. Und dann ist die Steuerung wieder im normalen Betriebsmodus. Ihr habt hier also an zwei Beispielen gesehen, dass ich mein Programm unterschiedlich verhalten kann, obwohl ich die Implementierung von FB-Sequence-Control überhaupt nicht verändert habe, sondern hier lediglich einen anderen Funktionsbaustein als Übergabeparameter übergeben habe. Aus Sicht des FB-Sequence-Control verhält sich also FB-EventDetection unterschiedlich. Und das nennt man Polymorphismus. FB-Sequence-Control Vielen Dank.